PONS – Wörterbuch für Grundschulkinder Deutsch Das Wörterbuch, das mitwächst. Dieses Wörterbuch enthält alles, was Ihr Kind für den Deutschunterricht in der Grundschule braucht. Nach Klassenstufen sortiert, gibt es Antworten zur richtigen Schreibung des kompletten Grundwortschatzes, passend für jedes Alter und jeden Kenntnisstand. Für den Anfang macht ein liebevoll bebildeter Wortschatz. Mit dem Alphabet und den Schreibweisen der ersten Wörter vertraut. Für die erste und zweite Klasse sind die Wortarten in verschiedene Farben geschrieben. Pfeile bei den Verben zeigen die Grundform des jeweiligen Verbs an. Die Schriftgröße ist dem Lesevermögen der Kinder angepasst. Die Wortliste für die dritte und vierte Klasse enthält weitere Informationen wie Silbentrennung, die Pluralformen bei Nomen, Steigerungsformen bei Adjektiven, Vergangenheitsformen bei Verben und bei besonders schwierigen Wörtern sogar Erklärungen. Bei Verwechslungsgefahr zwischen verschiedenen Wörtern macht eine Infobox auf die Unterschiede aufmerksam. Und für den Übergang in die fünfte Klasse führen die farbenfrohen Bildwörterbuchseiten in Englisch und Französisch an die ersten Schritte in den Fremdsprachen heran. Sortiert nach den Themen des Grundschullehrplans. On top bieten wir Ihnen über 70 witzige Rechtschreibübungen zum Download, mit denen Sie mit Ihrem Kind spielerisch weiter trainieren können. Ebenfalls erhältlich ist das Wörterbuch für Grundschulkinder Englisch. Heute lernen Kinder schon in den ersten Schuljahren Englisch. Das Englisch-Wörterbuch wurde mit Grundschullehrern entwickelt und deckt die wichtigsten Wörter und alle im Lehrplan geforderten Kompetenzen ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017